Musik Wir sind in Velika Kladusha in Bosnien, einem kleinen Ort an der kroatisch-bosnischen Grenze. Gemeinsam mit SOS-Team Kladusha, No-Name Kitchen und einigen Einheimischen, Volunteers und Geflüchteten versuchen wir nun wenigstens für einige Familien, Verletzte oder ältere Menschen eine Notunterkunft herzurichten. Die beiden Container, die bereits die Balkankriege überlebt haben, werden von uns nun restauriert und wie ihr sehen könnt, ist das eine Menge Arbeit. Doch wir sind gut organisiert und vor allem hoch motiviert. In anderthalb Tagen wurde nicht nur bereits mit der Restaurierung der Fassade begonnen, sondern ebenfalls der gröbste Dreck und Müll aus den Containern entfernt. Trotz der sehr günstigen Preise in Bosnien und dem Entgegenkommen vieler Firmen und Geschäfte hier, brauchen wir dringend finanzielle Unterstützung. Jeder Euro kann hier wirklich viel bewegen. Spendet per Überweisung auf unser Konto oder direkt per PayPal. Vielen Dank für eure Hilfe und Unterstützung. Vielen Dank. Alle Spinter Vielen Dank. Bye. Tolle